Oh! Oh, yes! Yes! Herzlich willkommen zurück zu Ori and the Planned Forest. Let's have a camera cut to my ownigkeit. es ist schade ich guck gerade mal mal mit der teleporter ist dort drüben okay wir gehen zum teleporter wir sind ja hier wieder zum anfang das geht schneller wenn ich mit dem teleporter bin gut speichern danke also teleporter ich bin jetzt drüben ich geh mal hier hin hier schon ich bin ja wahrscheinlich gestorben und ah ok 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 ich weiß wo es dann geht und das ist eine gegend wo es mir dich ach du scheiße ich müsste wahrscheinlich komplett durch und ab geht's ich komme definitiv nicht da durch und ab geht's ich komme nicht durch die durch den boden der dort ist da fehlt mir was mal gucken ob ich hier hochkomme danke danke auch nein jetzt komme ich dann herein ich komme dann hier rein das ist so eine fähig ich musste hier verwenden aber ich weiß nicht wie das problem ist ich kann die zeit in der bewegen also den benutzen ich muss wahrscheinlich die ziehen oder irgendwie verwenden ich kann das ja leider noch nicht ja geil perfekt so was will ich doch eine energiezelle das ist doch geil denn wir gehen Oh, ist das geil. Hat er den weggekloppt? So, wir können jetzt unter Wasser atmen. Ich sitze gar nicht mehr. Komm her, komm her. Naja, feuer mich mal da hoch. Scheiße. Okay, das haben wir schon mal aufgemacht. So, wir gehen nochmal hier lang. Ah, hier kann ich zum Beispiel das Ding kaputt machen. Kann ich das hier runterholen? Oh! Ich bin ein Trottel. Wahrscheinlich nicht. Ich bin ein Trottel. Ich bin ein Trottel. Ich bin ein Trottel. Kann ich das hier noch mal benutzen. Oh, das ärgert mich. Warte, warte, warte. Ne, reicht nicht. Reicht nicht. Ich habe so viel Energie, das tut mich auf keinsten. nicht. Nein, es wird auch ich. Ich werde bekloppt. wie geil ist das denn bitte und da hat er sie eingesammelt ich gucke gerade da oben kann ich nicht hin wenn ich den gegenstand nicht nutzen kann danke speichert scheiße ich muss zurück und runter okay da hinten ist die karte runter das hat weh kein Problem, kein Problem, kein Problem, zack das tut weh, zack ne schöne scheiß, wie soll ich ne hochkommen mach ich schon runter warte mal, ich krieg doch bald nen dreifach Sprung, oder? warte mal, da muss ich mal da brauch ich 5 da kann ich dann dreifach springen oh, das klingt auch nice du bekommst 11 einen Fähigkeitenpunkt ich hätte so rüber springen können so, wir haben penetriert so, wir wollen nach oben zack komm her spring her, komm her, komm her, komm 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 scheiße komm her fuck, ich hab schon tot gemacht schade, ich wollte ne abkürzung nehmen, aber naja hätt ich das jetzt nicht machen müssen naja, das ist witz ouch ouch ich bin komplett behindert, oder? Kann das sein? ich hätte einfach den hier machen können hä? warte mal ne, scheiße, ich muss wirklich komplett zurück oh, das ist ja kacke ahhh naja, wir haben mal zu viel jetzt bin ich schwisch jetzt bin ich schwisch ich vermische noch nicht, wie ich da hin komm ich brauche schon noch, wie ich da hin komme oh ooo ist es die möglichkeit ich brauche einen dreifach sprung wenn ich einen dreifach sprung habe kannst du rein das ist ja mal kann ich die nutzen für mich wer hat das gemacht wie hat das gemacht wird erfunden krasser typ so ist aber das ding auch gekriegt da kannst du sagen muss der packt die tricks aus scheiße leben ich bin voll ich kann nicht nötig so was zack so jetzt gehen wir dorthin wo ich glaube im dritten oder vierten port gedacht habe da muss ich lang wo kleiner kleiner vogel oder schon tot gemacht ist blöder vor sehr gut Ist, ist mir egal. Okay, probieren wir mal die Wand. Ich komme an den ersten vorbei, wie dumm ist das denn, bitte. Das muss doch so gehen. Na, daneben nicht. So, wir brauchen noch zwei Fähigkeitspunkte. Und dann geht das die Sache auch schon klar. Können wir mal die kleinen Vögel? Hier, 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 hier drüben. Hier drüben, hier drüben. Nein! Oh, das war so knapp. Oh, danke. Jetzt kannst du nicht wohl mehr was verpissen. Oh, die halten echt viel aus, die scheiß Vögel. Ist ja Wahnsinn. Da muss ich wieder was betätigen. Da oben, da oben, da oben, da oben. Komm her, Vögel, Vögel. Vögel. Jetzt komm her. Du Trägiger. Scheiße. Hörst du mir? Oh, du kannst so hoch. Ja, ich kann auch so hoch. Oh, nice. Ich wollte schon sagen, ob ich hier drüben kann. Hm, ich bedacht, das andere geht auf. Scheiße, wo krieg ich denn das? So, da haben wir mal noch zwei Punkte gekriegt hier. Okay, da geht es nicht lang. Ach, der Doppelsprung ist schon nice. Aber wenn ich richtig auftrumpfen will, brauche ich einen Dreifachsprung. Ich finde es schon geil, dass man die Moose von den Gegner für sich nutzen kann. Das finde ich schon nice. Ich glaube, da ist noch ein Weg, oder? Habe ich das falsch? Man, Schuze, 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 Schuze. Jetzt hauchst du mal ab, du kleiner Kriebel. Und zack, bin ich wieder voll. Und er taucht ab. Ach so, okay. Oh, das war geil. Oh, das war Zucker, der Typ. Das Foto-Map. Ich brauche da einen Move. Oh, fuck. Okay, da brauche ich echt einen Dreifachsprung. Was ist das denn, bitte? Okay, klickt, habe ich abgespeichert. Hat er das Ding gerissen hier? Oh, das ist nicht so gut. Oh, das ist nicht so gut. Du kleiner, dreckiger. Oh, ich bin auch so dumm und springe genau rein. Komm her, kommen wir kurz deine Hilfe. Danke. Ach, Dusch. Sanko, du heilige. Ich muss speichern. Oh, du heilige. Ich muss speichern. Ich muss speichern. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ach, du Scheiße. Okay, ich muss da hoch. Okay, ich muss da hoch. Nein. Nein. Piepmatz. Rette mich. Alter, mach geht scheiße. Piepmatz. Hä? Was? 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 Wenn ich runter springen? Oh, shit. Oh, shit. Ja, gut. Ich will. Oh, scheiße. ja gut würde ich mal sagen das runde springen kann ich schon mal lassen das war böse das war richtig böse ich werde es den nächsten paar wieder also weiter versuchen in orienter blind forst wir haben schon wieder fast eine halbe stunde auf dem tarot deswegen wünsche ich einen schönen tag haut rein der martin sinnvolles bis zum nächsten mal von orienter blind forst mit seinem gewissen meine wenigkeit ich will ja haut rein